gab es denn auch noch eine oder gab es dann im jahren abend vielleicht auch eine tanz performance, eine tanzshow? oh ja tanzshows gab es natürlich auch und zwar von mir! ja das fand ich sehr schön diese tanzshow ja waren ganz verschiedene also auch berühmte tanzgruppen da und zwar die tanzgruppe von dance desire ja das fand ich voll cool diese tanzgruppe mag ich sehr und ja ich liebe es total es anzuschauen da denkt man nur man kann diese tanzgruppe in berlin sehen aber nein man muss auf ein norwegisches kreuzschiff gehen also nicht nur in berlin okay tja da gibt es noch ein spannendes turnierprogramm in kanzeruba ja so spannend war das